Oh mein Gott, oh das sieht so schlimm aus. Eben auch noch durch deine kurze Hose und sowas. Sieht das überhaupt nicht homosexuell aus. Ach, guck doch mal, das ist also... Warte mal... Ich stelle mich mal direkt vor dir hier. Ach, die zwei, ist das nicht ein Pärchen hier? Hübsch. Ui, jetzt wird er verrückt hier, meine. Easy. Oh ja, oh ja. Oh, jetzt, jetzt. Oh, hi there. I am high AM. Eieieieiei. Mit mir wird gerade übel. Okay, ich starte mal das nächste Ding hier, ja? Ja. Ja. Ähm... Ich bin gespannt, wie die landet. Ich gucke mir auf jeden Fall die Landung an. Ich muss nur in dein Garage, aber das sehe ich ja, wenn du, wenn du stehen bleibst. Ich stehe schon. Ich stehe schon. Ja, schatz, da fehlt normalerweise jetzt noch ein richtiger Atompilz hier. Das nehme ich mal auf. Oh, wer ist denn da oben auf dem Dach gelandet? So richtig schön auf den Arsch. Oh ja, nee, ist klar. Das darf doch nicht wahr sein. Wie guter ist. Oh, ho, 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 ho. Schön, schön, schön. Rade, lass mich vor. Ja, der ist im Weg, eindeutig. Und... Hepp. Herrlich. Herrlich. Und... Hepp. Oh. Oh, hier vorne. Ich mache die rechte Spur frei. Warte, 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 lass mich mal ein kurzes Stückchen ranfahren. Dass ich mal sehe. Okay. Und... Schwupps. Herrlich. So. Scheint schön zu fliegen. Mhm. Die ist direkt auf mir gelandet. Upsi. Hier fliegen nur die Autos. Oh, Leute. Was ist denn hier los? Scheiße. Da. Haben wir gerade mal drei Kilometer von... Oh, Leute. Habe gerade mal drei Kilometer von H6 abgespult. Schade. Hätte durchaus schon mehr sein können. Ja. Ich habe das Gefühl, ich fahre hier schon zehn Kilometer. Ich habe das Gefühl, ich fahre hier schon zehn Kilometer. Das macht tatsächlich ein bisschen Spaß. Das glaube ich, ja. Leider sind selbst die Arena Autos echt scheiße teuer. Ja, die sind teuer. Auf jeden Fall. Also bei dem hier habe ich mir schon überlegt, ob ich den kaufe, den du da hast. Weil der eben, ja, dieses Schmankerl hat hier. Dass ich die Autos auf die Schippe nehmen kann. Der scheint auch recht flott zu sein. Ja. Die Straßensperre mache ich rechts frei. Oh, ja, ja. Super. Klasse. Dann perfekt. Das hat ja mal geklappt. Ich habe jetzt insgesamt... 12,4 Millionen. Doch, das kommt hin. Ja. Probier mal, ob du dich hinten draus setzen kannst. Ja. Nein, nein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das verhaft wird auch nicht Wahnsinn. Und über alle Berge... Der Punkt wird immer kleiner. Ach du Scheiße. Ich würde mal interessieren, ob sich überhaupt ein Mensch diesen Bus gekauft hat. Das ist ein schmuckes Ding. Auf einmal passen wir nirgendwo drunter durch. Jetzt fliegt das mal der Kopf ab. Richtig. Hier wirds... Stehts Auto? Kein Kommentar. Wir probieren es einfach mal. Ach du Scheiße. Wir probieren es einfach mal. 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 Wir probieren es einfach mal.